Schock bei Let's Dance. Nach Toni Bauer musste der nächste Kandidat das Handtuch schmeißen. Jetzt sprechen Detlef Soest und Ekaterina Leonova über das Traurige aus. In dieser Let's Dance Staffel passiert eine Überraschung nach der nächsten. Erst musste Toni Bauer, 28, die Sendung aus gesundheitlichen Gründen verlassen, dann verletzte sich Mark Keller, 59, an der Achillessehne. Leider musste ich jetzt den Stecker ziehen, verkündete der Schauspieler traurig. Besonders Detlef Soest, 53, und Ekaterina Leonova, 37, hat sein Überraschendes aus hart getroffen. Ekaterina Leonova, wir haben uns als kleine Familie gefühlt. Diese Woche ist echt eine Riesenherausforderung, mental und körperlich, gibt Detlef auf Instagram zu. Sie müssen nicht nur für zwei Tänze trainieren, sondern auch den Ausstieg von Mark und seiner Tanzpartnerin Katrin Menzinger, 35, verkraften. Das ist sehr, sehr schade, findet Ekaterina. Denn, wir sind so zusammengewachsen diese Staffel. Wir haben so viel mitgemacht. Duell, Partnertausch und Gruppentanz. Wir haben uns niemals als Konkurrenten gefühlt, sondern als kleine Familie. Detlef wird seinen Kumpel sehr in der Sendung vermissen. Mein einziger Ü-50-Partner ist jetzt weg. Aber ich kann es so gut verstehen. Ich habe dich die letzten Wochen beobachtet und du bist immer an deine Grenzen gegangen, und wir wünschen dir von Herzen alles, alles Gute. Ganz verzichten muss Detlef auf Mark aber nicht. Am Freitag werden er und Katrin im Publikum sitzen und ihre Freunde anfeuern.